Besser ist es zu kämpfen und zu fallen, als ein Leben ohne Hoffnungen zu führen. Dieses Zitat erinnert uns daran, dass wir mutig sein und für unsere Überzeugungen kämpfen sollten, auch wenn die Chancen gegen uns stehen. Der Adler sollte nicht die Krähen fürchten. Denn wir sollten uns nicht von kleineren Problemen oder Ängsten entmutigen lassen und stattdessen den Mut haben, unseren Weg unbeehrt fortzusetzen. Der Mutigste ist der, der allein seine Stellung hält. Es erfordert besonderen Mut, sich auch dann zu behaupten, wenn man sich isoliert oder allein fühlt. Der Feige stirbt schon tausend Tode, aber der Tapfere nur einmal. Wenn wir mutig handeln, brauchen wir nur einmal die Angst vor dem Scheitern oder dem Tod zu überwinden, während der Feige ständig von seinen Ängsten geplagt wird. Ein Wolf in der Ferne ist besser als ein zahnloser Hund an deiner Seite. Es ist besser, auf Distanz mit einer starken und mutigen Person verbunden zu sein, als jemanden in unserer Nähe zu haben, der uns in schwierigen Zeiten nicht unterstützen kann. Besser ist es, aufrecht zu sterben, als auf Knien zu leben. Wir sollten lieber für unsere Prinzipien einstehen und uns ihnen treu erweisen, als demütig und feige zu handeln. Ein Held ist der, der kein Wehklagen kennt, wenn die Not am größten ist. Echte Tapferkeit zeigt sich in der Fähigkeit, in schwierigen Situationen standhaft zu bleiben und keine Schwäche zu zeigen. Mut wird am besten in der Stunde der Gefahr bewiesen. Wir können unseren wahren Mut erst erkennen, wenn wir vor Herausforderungen und Gefahren stehen. Wer vor dem Feind flieht, wird noch einmal kämpfen müssen. Wenn wir uns unseren Ängsten nicht stellen, werden sie uns wieder einholen und wir werden gezwungen sein, uns ihnen erneut zu stellen. Ein weiser Krieger fürchtet nicht den Tod, aber er verachtet ihn auch nicht. Mut bedeutet nicht, den Tod zu suchen, sondern ihn anzunehmen und trotzdem kluge Entscheidungen zu treffen. Wer seinen Feind fürchtet, gibt ihm Macht. Indem wir uns unseren Ängsten stellen und sie überwinden, nehmen wir ihnen die Macht über uns und stärken unseren eigenen Mut. Wer wagt, gewinnt. Nur wenn wir den Mut haben, Risiken einzugehen, können wir Erfolg und Belohnungen erzielen. Ein mutiges Herz kennt keine Furcht, sondern nur Entschlossenheit. Wenn wir entschlossen und mutig handeln, können wir unsere Ängste überwinden und unsere Ziele erreichen. Mut befreit uns von den Belastungen der Angst und ermöglicht uns ein glücklicheres Leben. Besser ein einäugiger Krieger als ein Blinder. Selbst wenn wir nicht alle Fähigkeiten oder Stärken haben, die wir uns wünschen, sollten wir den Mut haben, unser Bestes zu geben und für unsere Ziele zu kämpfen. Ein guter Krieger ist weder übermäßig mutig, noch übermäßig vorsichtig. Wahrer Mut erfordert eine Balance zwischen Furchtlosigkeit und Klugheit, um effektiv und erfolgreich zu handeln. Der Baum, der im Sturm bricht, hat seine Wurzeln nicht tief genug geschlagen. Ein starker und mutiger Charakter entsteht aus tief verwurzelten Überzeugungen und Prinzipien, die uns helfen, Widrigkeiten zu überstehen. Die Flamme, die am hellsten brennt, ist die, die dem Sturm trotzt. Echte Tapferkeit und Entschlossenheit zeigen sich, wenn wir uns den Herausforderungen des Lebens stellen und trotz aller Schwierigkeiten weitermachen. Die Tapfersten sind diejenigen, die in der Schlacht lachen. Mut kann auch darin bestehen, trotz der Widrigkeiten Optimismus und Lebensfreude zu bewahren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein weiser Mann hat viel Verstand, aber der Mensch ist von Natur aus neugierig. Wir alle haben den natürlichen Rang, Neues zu entdecken und zu lernen, was uns dabei helfen kann, weise zu werden. Der ungebildete Mann denkt, dass alle, die lachen, über ihn lachen. Wissen und Weisheit ermöglichen es uns, selbstsicherer zu sein und nicht ständig das Gefühl zu haben, beurteilt zu werden. Mäßigung ist die beste Tugend. Wer viel weiß, lebt am besten. Ausgewogenheit und Wissen sind entscheidend für ein erfülltes Leben. Der Narr stirbt an Sorgen um seine Angelegenheiten und oft ist der Weise enttäuscht, wenn er sich täuschen lässt. Sowohl Narren als auch Weise können scheitern, aber Weisheit hilft uns dabei, bessere Entscheidungen zu treffen und aus unseren Fehlern zu lernen. Ein kluger Mann hält sich zurück, wenn er nicht versteht, denn niemand ist frei von Fehlern. Selbst die Weisesten unter uns machen Fehler, aber es ist wichtig, unsere Grenzen zu erkennen und zuzugeben, wenn wir etwas nicht wissen. Der Weise sieht sich nicht nur als Lehrer, sondern auch als Schüler. Um weise zu werden, müssen wir bereit sein, von anderen zu lernen und unsere eigenen Kenntnisse ständig zu erweitern. Der Kluge schweigt, wenn er wenig weiß und der Narr, der schweigt, wirkt klug. Manchmal ist es klüger, zuzuhören und zu lernen, als ständig unsere eigene Meinung zu äußern. Wissen ist ein Schatz, der seinem Besitzer überall hin folgt. Wissen und Weisheit sind wertvolle Güter, die wir überall hin mitnehmen können und die uns in jeder Situation nützlich sein werden. Wer viel reist, wird klug und kennt die Sitten der Menschen. Reisen und das Kennenlernen anderer Kulturen erweitern unseren Horizont und helfen uns, weiser zu werden. Der Narr glaubt, dass er für immer leben wird, wenn er Kriege vermeidet, aber das Alter gibt ihm keinen Frieden, obwohl er Spere meidet. Wissen über die Vergänglichkeit des Lebens hilft uns, mutigere Entscheidungen zu treffen und unsere Zeit auf der Erde besser zu nutzen. Ein Mensch ist des anderen Spiegel. Indem wir andere beobachten und von ihnen lernen, können wir unser eigenes Wissen und Verständnis erweitern und weiser werden. Gib deinem Freund einen Rat, aber gib ihm auch zwei Geschenke. Es ist wichtig, anderen nicht nur mit Ratschlägen zu helfen, sondern auch durch Großzügigkeit und Fürsorge. Wer nichts weiß, weiß auch nicht, wie wenig er weiß. Ein Zeichen von Weisheit ist die Fähigkeit, das eigene Unwissen zu erkennen und den Wunsch zu haben, mehr zu lernen. Ein kluger Mann bleibt wachsam und lernt von allem, was ihn umgibt. Indem wir aufmerksam sind und ständig beobachten, können wir unser Wissen erweitern und weiser werden. Die Welt ist ein Buch und wer nicht reist, liest nur eine Seite. Umfassendes Wissen und Weisheit erlangen wir durch das Erkunden verschiedener Lebensbereiche und das Sammeln von vielfältigen Erfahrungen. Ein schlechter Baum trägt keine guten Früchte, aber ein guter Baum wird durch weisen Rat genährt. Weisheit und Wissen sind entscheidend für ein erfolgreiches Leben und sie können uns helfen, zu gedeihen und anderen Menschen zu helfen. Besser ein Haus, auch wenn es klein ist. Ein Mensch ist Herr in seinem Heim. Weisheit bedeutet auch, den Wert von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu erkennen und diesen zu schätzen. Der Narr sieht sein Unglück als Schicksal an, während der Weise es als Gelegenheit betrachtet. Weisheit hilft uns, Rückschläge und Schwierigkeiten als Chancen zu betrachten, um zu lernen und zu wachsen. Ein weiser Mann weiß, dass Schweigen Gold ist und Reden Silber. Manchmal ist es weiser, zuzuhören und nachzudenken, als voreilig unsere Meinung zu äußern. Worte können Freunde oder Feinde machen, deshalb sollte man sparsam damit umgehen. Weisheit zeigt sich auch darin, wie wir unsere Worte wählen und wie wir sie einsetzen, um Beziehungen aufzubauen oder Konflikte zu vermeiden. Ein weiser Mann hat viel Verstand, aber der Mensch ist von Natur aus neugierig. Wir alle haben den natürlichen Rang, Neues zu entdecken und zu lernen, was uns dabei helfen kann, weise zu werden. Der ungebildete Mann denkt, dass alle, die lachen, über ihn lachen. Wissen und Weisheit ermöglichen es uns, selbstsicherer zu sein und nicht ständig das Gefühl zu haben, beurteilt zu werden. Mäßigung ist die beste Tugend. Wer viel weiß, lebt am besten. Ausgewogenheit und Wissen sind entscheidend für ein erfülltes Leben. Der Narr stirbt an Sorgen um seine Angelegenheiten und oft ist der Weise enttäuscht, wenn er sich täuschen lässt. Sowohl Narren als auch Weise können scheitern, aber Weisheit hilft uns dabei, bessere Entscheidungen zu treffen und aus unseren Fehlern zu lernen. Ein kluger Mann hält sich zurück, wenn er nicht versteht, denn niemand ist frei von Fehlern. Selbst die Weisesten unter uns machen Fehler, aber es ist wichtig, unsere Grenzen zu erkennen und zuzugeben, wenn wir etwas nicht wissen. Der Weise sieht sich nicht nur als Lehrer, sondern auch als Schüler. Um weise zu werden, müssen wir bereit sein, von anderen zu lernen und unsere eigenen Kenntnisse ständig zu erweitern. Der Kluge schweigt, wenn er wenig weiß, und der Narr, der schweigt, wirkt klug. Manchmal ist es klüger zuzuhören und zu lernen, und zu lernen, als ständig unsere eigene Meinung zu äußern. Wissen ist ein Schatz, der seinem Besitzer überall hin folgt. Wissen und Weisheit sind wertvolle Güter, die wir überall hin mitnehmen können und die uns in jeder Situation nützlich sein werden. Wer viel reist, wird klug und kennt die Sitten der Menschen. Reisen und das Kennenlernen anderer Kulturen erweitern unseren Horizont und helfen uns, weiser zu werden. Der Narr glaubt, dass er für immer leben wird, wenn er Kriege vermeidet. Aber das Alter gibt ihm keinen Frieden, obwohl er Späere meidet. Wissen über die Vergänglichkeit des Lebens hilft uns, mutigere Entscheidungen zu treffen und unsere Zeit auf der Erde besser zu nutzen. Ein Mensch ist des anderen Spiegel. Indem wir andere beobachten und von ihnen lernen, können wir unser eigenes Wissen und Verständnis erweitern und weiser werden. Gib deinem Freund einen Rat, aber gib ihm auch zwei Geschenke. Es ist wichtig, anderen nicht nur mit Ratschlägen zu helfen, sondern auch durch Großzügigkeit und Fürsorge. Wer nichts weiß, weiß auch nicht, wie wenig er weiß. Ein Zeichen von Weisheit ist die Fähigkeit, das eigene Unwissen zu erkennen und den Wunsch zu haben, mehr zu lernen. Ein kluger Mann bleibt wachsam und lernt von allem, was ihn umgibt. Indem wir aufmerksam sind und ständig beobachten, können wir unser Wissen erweitern und weiser werden. Die Welt ist ein Buch und wer nicht reist, liest nur eine Seite. Umfassendes Wissen und Weisheit erlangen wir durch das Erkunden verschiedener Lebensbereiche und das Sammeln und das Sammeln von vielfältigen Erfahrungen. Ein schlechter Baum trägt keine guten Früchte, aber ein guter Baum wird durch weisen Rat genährt. Weisheit und Wissen sind entscheidend für ein erfolgreiches Leben und sie können uns helfen, zu gedeihen und anderen Menschen zu helfen. Besser ein Haus, auch wenn es klein ist. Ein Mensch ist Herr in seinem Heim. Weisheit bedeutet auch, den Wert von Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu erkennen und diesen zu schätzen. Der Narr sieht sein Unglück als Schicksal an, während der Weise es als Gelegenheit betrachtet. Weisheit hilft uns, Rückschläge und Schwierigkeiten als Chancen zu betrachten, um zu lernen und zu wachsen. Ein weiser Mann weiß, dass Schweigen Gold ist und Reden Silber. Manchmal ist es weiser, zuzuhören und nachzudenken, als voreilig unsere Meinung zu äußern. Worte können Freunde oder Feinde machen. Deshalb sollte man sparsam damit umgehen. Weisheit zeigt sich auch darin, wie wir unsere Worte wählen und wie wir sie einsetzen, um Beziehungen aufzubauen oder Konflikte zu vermeiden. Ein wahrer Freund ist jemand, der dir in der Not beisteht. Echte Freundschaft zeigt sich in schwierigen Zeiten und erfordert, dass wir füreinander da sind, wenn wir am meisten gebraucht werden. Es gibt nichts kostbareres als Vertrauen und gegenseitige Achtung zwischen zwei Menschen. Vertrauen und Respekt sind die Grundlagen starker Freundschaften und Beziehungen. Gib deinem Freund einen Rat und sei ihm ein treuer Freund. Um loyal zu sein, sollten wir bereit sein, unseren Freunden unsere Weisheit und Unterstützung anzubieten. Freunde sollten einander Freude bereiten und stets gegenseitige Hilfe leisten. Freundschaft bedeutet, einander glücklich zu machen und sich in jeder Situation gegenseitig zu unterstützen. Der weise Freund ist einer, der ehrlich ist und dir die Wahrheit sagt, auch wenn es weh tut. Wahre Freundschaft erfordert Ehrlichkeit, auch wenn die Wahrheit unangenehm ist. Ein Freund ist jemand, der dir die Schulter zum Anliegen bietet, wenn du müde bist. Freunde sind da, um uns Trost und Unterstützung zu bieten, wenn wir sie am meisten benötigen. Ein treuer Freund ist ein wertvoller Besitz, den man nicht mit Gold aufwiegen kann. Loyalität und Vertrauen in einer Freundschaft sind unbezahlbar und sollten hoch geschätzt werden. Vertraue nicht dem Rat eines Mannes, dessen Herz nicht mit deinem im Einklang ist. Wahre Freunde teilen gemeinsame Werte und Ziele und sind bereit, einander auf ihrem Lebensweg zu unterstützen. Ein guter Freund ist wie ein warmer Mantel, der dich vor Kälte schützt. Freundschaft bietet Schutz und Sicherheit in einer oft unsicheren Welt. Ein Bruder kann von einem Bruder getrennt werden, aber Freundschaft bleibt bestehen. Freundschaften können manchmal stärker sein als familiäre Bindungen und ein Leben und ein Leben lang halten. Freunde, die einander vertrauen, sind wie Brüder, die Seite an Seite kämpfen. Vertrauen und Loyalität verwandeln Freunde in Verbündete, die gemeinsam schwierige Zeiten bewältigen können. Ein Freund ist jemand, der dich ermutigt und dir hilft, deine Träume zu verwirklichen. Wahre Freunde unterstützen einander bei der Verwirklichung ihrer Ziele und Ambitionen. Wenn du einen guten Freund findest, halte ihn fest und lass ihn nicht los. Gute Freunde sind selten und kostbar und es ist wichtig, solche Beziehungen zu pflegen und zu schätzen. Man soll seinem Freund in allen Dingen treu sein, aber auch dem Freund deines Freundes. Loyalität in der Freundschaft erstreckt sich auch auf die Freunde unserer Freunde, was ein starkes Netzwerk des Vertrauens schafft. Ein treuer Freund ist wie ein fester Anker, der dein Schiff in stürmischen Gewässern hält. Loyalität und Verlässlichkeit sind entscheidend, um Halt und Sicherheit in schwierigen Zeiten zu bieten. Ein weiser Freund wird deine Fehler nicht bloßstellen, sondern dir helfen, sie zu korrigieren. Wahre Freunde helfen uns, uns zu verbessern und unsere Schwächen zu überwinden, anstatt uns für sie zu verurteilen. Bewahre dir das Herz eines Freundes, denn es ist ein Schatz, der niemals seinen Wert verliert. die Liebe und Loyalität eines wahren Freundes sind unbezahlbar und sollten sorgförtig bewahrt werden. Ein Freund ist jemand, der in dunklen Zeiten Licht bringt und Hoffnung, wenn alles verloren scheint. Freunde sind da, um uns in schwierigen Zeiten Hoffnung und Optimismus zu geben. Freundschaft ist wie ein Baum. Sie wächst langsam, aber ihre Wurzeln sind tief und fest verankert. Wahre Freundschaften entwickeln sich im Laufe der Zeit und werden durch gemeinsame Erfahrungen und tiefe Verbundenheit gestärkt. Wenn du einen Freund besuchst, geh nicht mit leeren Händen, denn Geschenke stärken die Bande der Freundschaft. Großzügigkeit und gegenseitige Wertschätzung sind wichtige Aspekte, um Freundschaften aufzubauen und zu pflegen. Ein großzügiger Mensch gewinnt viele Freunde, denn wer gibt, erhält auch. Großzügigkeit zieht positive Beziehungen an und fördert eine Kultur des Gebens und Empfangens. Sei deinem Gast gegenüber freundlich und aufmerksam, denn eines Tages könntest du selber ein Fremder sein. Gastfreundschaft sollte jedem gewährt werden, denn wir können alle in Situationen geraten, in denen wir auf die Freundlichkeit anderer angewiesen sind. Der, der großzügig gibt, wird rein an Freunden und gutem Ruf sein. Großzügigkeit kann zu sozialen Verbindungen und Anerkennung führen, die wertvoller sind als materielle Güter. Ein guter Gastgeber zeigt Respekt und Fürsorge für seine Gäste. Gastfreundschaft bedeutet, für das Wohlegehen derjenigen zu sorgen, die wir willkommen heißen. Wenn ein Gast kommt, reiche ihm die Hand und sei ein guter Gastgeber. Gastfreundschaft sollte von Herzen kommen und als Chance gesehen werden, neue Freundschaften und Verbindungen zu knüpfen. Eine warme Mahlzeit, ein freundliches Wort und ein Platz zum Schlafen sind die besten Geschenke, die man einem Reisenden geben kann. Einfache Gesten der Gastfreundschaft können einen großen Unterschied für jemanden machen, der fern von zu Hause ist. Großzügigkeit ist ein Zeichen von Stärke und Größe des Geistes. Großzügigkeit zeigt, dass wir die Bedürfnisse anderer wahrnehmen und bereit sind, sie zu unterstützen. Der beste Gastgeber ist derjenige, der seine Gäste respektiert und ihre Bedürfnisse erkennt. Gastfreundschaft erfordert Empathie und die Fähigkeit, die Bedürfnisse und Wünsche unserer Gäste zu verstehen. Ein Mann, der viel gibt, wird selten um Hilfe bitten müssen, denn seine Großzügigkeit kommt zu ihm zurück. Wenn wir großzügig sind, bauen wir Beziehungen auf, die uns im Bedarfsfall unterstützen können. Gastfreundschaft ist eine Tugend, die in allen Kulturen und Zeiten geschätzt wird. Gastfreundschaft ist ein universeller Wert, der Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Wenn du ein Geschenk erhältst, sei bereit, eines zu geben, denn Großzügigkeit erzeugt Großzügigkeit. Großzügigkeit ist ein zyklischer Prozess, der sich fortsetzt, wenn wir bereit sind, das, was wir erhalten, weiterzugeben. Wer reichlich gibt, wird rein an Anerkennung und Dankbarkeit sein. Großzügigkeit erntet Dankbarkeit und Wertschätzung von denen, denen wir helfen. ein guter Gastgeber ist jemand, der seinen Gästen das Gefühl gibt, zu Hause zu sein, auch wenn sie weit entfernt sind. Wahre Gastfreundschaft bedeutet, ein Gefühl der Zugehörigkeit und des Wohlbefindens zu schaffen, unabhängig von den Umständen. Großzügigkeit kommt von Herzen und zeigt, dass wir uns um das Wohlergehen anderer kümmern. Großzügigkeit ist ein Ausdruck von Mitgefühl und Fürsorge für unsere Mitmenschen. Wer seine Gäste ehrt, ehrt sich selbst und gewinnt Ehre von anderen. Gastfreundschaft und Respekt für unsere Gäste führen zu Anerkennung und Wertschätzung in unserer Gemeinschaft. Wenn du jemandem Gutes tust, wird es eines Tages zu dir zurückkehren. Großzügigkeit und Freundlichkeit können eine Kettenreaktion der positiven Handlungen auslösen, die sich auf uns und andere auswirken. Ein guter Gastgeber sorgt dafür, dass seine Gäste immer genug zu essen, zu trinken und ein Dach über dem Kopf haben. Gastfreundschaft bedeutet, die Grundbedürfnisse unserer Gäste zu erfüllen und für ihr Wohlergehen zu sorgen. Das Teilen unserer Ressourcen und unseres Wohlstands ist ein Zeichen von Weisheit und Mitgefühl. Großzügigkeit zeigt, dass wir uns der Bedürfnisse anderer bewusst sind und bereit sind, zu helfen. Ein guter Gastgeber ist ein guter Zuhörer, der die Geschichten und Weisheiten seiner Gäste schätzt. Gastfreundschaft bedeutet auch, offen für die Erfahrungen und Perspektiven unserer Gäste zu sein und ihre Weisheit wert zu schätzen. Ein gastfreundliches Zuhause ist ein sicherer Hafen für Freunde und Fremde gleichermaßen. Ein gastfreundlicher Ort bietet Schutz und Komfort für alle, die dort Zuflucht suchen. Der Mensch ist vergänglich wie ein Laub, das bald vom Baum fällt und vergeht. Unser Leben ist vergänglich und wir sollten jeden Moment schätzen, den wir haben. Fürchte nicht den Tod, denn er ist der Weg zu den Göttern. Der Tod ist ein natürlicher Teil des Lebens und sollte nicht gefürchtet, sondern als Übergang in eine andere Existenz betrachtet werden. Ein Krieger stirbt nur einmal, aber sein Ruhm lebt ewig. Die Taten und der Einfluss, die wir in unserem Leben hinterlassen, können über unseren Tod hinaus fortbestehen. Das Leben ist zu kurz, also lebe mit Mut und Ehre. Wir sollten das Leben in vollen Zügen genießen und uns bemühen, ehrenhaft und mutig zu handeln. Der Tod ist das Tor zu einer neuen Welt, die den Mutigen und Ehrenhaften vorbehalten ist. Der Tod kann als Übergang in eine andere Existenz gesehen werden, die von den Tugenden, die wir im Leben zeigen, bestimmt wird. Jeder Tag ist ein Geschenk der Götter, also verschwende es nicht. Wir sollten das Leben als kostbares Geschenk betrachten und jeden Tag nutzen, um etwas Positives zu bewirken. Der Tod ist unvermeidlich, also lebe jeden Tag so, als wäre es dein Letzter. Das Wissen um die Unvermeidlichkeit des Todes sollte uns dazu inspirieren, jeden Tag bewusst und mit vollem Einsatz zu leben. Lebe mit Ehre, damit du im Tod ohne Reue bist. Wenn wir im Leben ehrenhaft handeln, können wir dem Tod ohne Angst oder Bedauern begegnen. Das Leben ist ein Kampf, aber der Tod ist die letzte Prüfung der Tapferkeit. Der Tod ist eine natürliche und unausweichliche Herausforderung, der wir alle begegnen müssen. Ein gut gelebtes Leben ist das beste Denkmal für die Toten. Indem wir unser Leben gut leben, ehren wir das Andenken derer, die vor uns gegangen sind. Wir sind alle dem Tod geweiht, also sollten wir das Leben feiern und ihn nicht fürchten. Anstatt uns vor dem Tod zu fürchten, sollten wir das Leben feiern und die Zeit, die uns gegeben ist, nutzen. Der Tod kann jeden Moment kommen, also sei bereit, mutig und entschlossen zu handeln. Wir wissen nie, wann uns der Tod ereilen wird. Daher sollten wir stets bereit sein, mutig und entschlossen zu handeln. Ein Krieger fürchtet nicht den Tod, sondern die Schande eines schlecht gelebten Lebens. Die Furcht vor einem unehrenhaften Leben sollte uns motivieren, immer nach unseren höchsten Idealen zu streben. Die Götter richten nicht über die Länge eines Lebens, sondern über die Qualität. Es ist nicht die Dauer unseres Lebens, die zählt, sondern wie wir unser Leben führen und welche Auswirkungen unsere Handlungen haben. Ein Leben voller Heldentaten endet in den Hallen der Götter. Wenn wir mutig und ehrenhaft handeln, können wir darauf hoffen, einen Platz in den höheren Reichen der Existenz zu erreichen. Der Tod ist kein Ende, sondern ein neuer Anfang. Der Tod ist nicht das Ende unserer Existenz, sondern ein Übergang in eine andere Form des Seins. Die Erinnerung an die Toten lebt in den Herzen der Lebenden fort. Wir tragen die Erinnerung an die Verstorbenen in unseren Herzen weiter und ehren ihr Andenken durch unsere eigenen Taten. Ein mutiges Herz kennt keine Furcht vor dem Tod, denn es weiß, dass es nur der Anfang einer neuen Reise ist. Mit einem mutigen Herzen können wir den Tod als einen natürlichen Übergang und den Beginn eines neuen Abenteuers betrachten. Der Tod ist unvermeidlich, also lebe dein Leben mit Würde und Ehre, damit du ohne Bedauern gehst. Wenn wir unser Leben mit Würde und Ehre führen, können wir dem Tod ohne Bedauern begegnen. Das Leben ist ein Geschenk, das mit der Zeit abgenutzt wird. Nutze es weise, bevor es vergeht. Das Leben ist kostbar und flüchtig, daher sollten wir es nutzen, um Bedeutung und Erfüllung zu finden.